Das kommende Album von Max Weidner trägt den Titel Packmas. Das Album erscheint voraussichtlich am 25. März über das Label We Love Music. Alle weiteren Informationen zu diesem Release, die Vorbestellungslinks und die Tracklist findet ihr in der Videobeschreibung. Wenn ihr auch in Zukunft immer über neue Veröffentlichungen informiert werden wollt, abonniert einfach unseren Kanal. Vielen Dank, dass ihr euch das Video angesehen habt.